Heute ist ja alles voll. Ich möchte es trotzdem einladen, auch tagsüber und immer wieder zu besuchen. Ich mache nach dem Tag die großen Parade. Wir kommen wieder die gemeinsame Herkunft. Wir kommen nach Freilich und viele andere Highlights. Aber jetzt sehe ich ein morgendiges Highlight. Susanne und der Brüderschef, 12. Teamkappert. Die beiden sind ein Team, das ich seit drei, ja fast vier Jahren inzwischen kenne. Die trainiert werden von 3.4. Die Brüderschef, 12. Teamkappert. Und ja, Susanne sagt, wenn ich ja immer gefragt werde, Rollstuhl, wie geht das eigentlich? Kann man das eigentlich kombinieren? Und sie beweist seit 15 Jahren, dass man was denken kann. Und sie sagt, hoppala. Sie nehmen sich gegenseitig zu viel Kraft, lernen jede Würde gemeinsam mit jedem zu meistern und betreiben gemeinsam ganz fantastische Bodenarbeit. Als Lena, bitte, ich würde kurz damit zuhören. Mit mir steht immer ein Stein am Rand. Triniert sind wir beide und gucke, vor wem werde ich die faszinierende Arbeit sehen. Wie kommst du als Trainer dazu, wie sie zu echt, so zu trainieren, wie du sie anmachst? Ja, jetzt muss ich sagen, Susanne und Penny, zwei Leute, die zufrieden sind, die beiden, die an der Schwestern, die wir jetzt unbedingt gerne, die wir da haben, die wir uns eigentlich gut stellen, gerne von Susanne. Es ist immer sehr faszinierend zu sehen, nachher schon bei den Typen zusammen agieren. Es ist immer einfach zu sagen, ja gut, mit der Spedition zu sehen, die wir da und da haben, dass es sich ja auch nicht so verfallen war, und es ist weiter an den Anpassungen, auch für eine andere Art von der Europäischen Staatsbürgermeistern. Also, ich denke, eins ab zu uns setzen. Die Freunde, glaube ich, Sie sehen zusammen an eurer Arbeit. Ich würde die Erinnern jetzt gerne überlassen. Genießen Sie das. Es ist ein wunderschöntes Team, diese wirklich beiden engen Freunde, die auch noch ganz nebenbei sehr schöne, guten Arbeit zeigen. ... Musik 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 Das ist eine stramme Darstellung, seit wir noch nicht gesehen, Anreize auch gemacht, wo man arbeitet an der Gangart und ich finde das ganz, ganz enorm, dass hier vielen Menschen auch sehr gut geht, die in der ähnlichen Situation sind, einfach den Mut zu haben, das Erfragen ist wert einzugehen, davon zu profitieren und gemeinsam zu wachsen und immer stärker und stärker zu werden. Ich brauche einen hektigen Applaus von Ihnen. Danke für mich. So, meine Damen und Herren, jetzt wird es etwas hektischer. Sie dürfen auch wieder mit Kraft machen, das ist auch sogar erwünscht. Horseman United zeigt Ihnen das Stauwelt-Fußball-Team. Es passt sehr gut in die heutige Situation.